Hallo, Daddy! Wie war die Arbeit? Ich bin stolz darauf, heute sechs Kloschüsseln verkauft zu haben. Du bist mein großer Held. Ach, hab ich einen Hunger. Was duftet denn hier so lecker? Aber ich koche nur Wasser. Und woher kommt das dann? Ah, richtig. Ich hab Barbecue-Soße auf meinem Hemd. Landet vom Essen eigentlich hin und wieder auch etwas in deinem Mund? Ich hab ne halbe Stunde, um eine Portion für ne Dreiviertelstunde zu verdrücken. Da gibt's schon mal Querschläger. Ach ja, ich würde dir übrigens raten, nett zu mir zu sein. Und wieso, Zeikea? AC-DC-Karten! Wie kommst du denn an dir an, Schatz? So ne Loser-Kollegin hat ein Baby gekriegt. Tja, nun kann sie leider nicht aufs Konzert gehen, weil sie bei dem Neugeborenen bleiben muss. Dann ist sie kein AC-DC-Fan. So, wen nehm ich denn mit? Wen nehm ich denn mit? Ich hab die Karten. Ich will mit, nimm mich! Also schön. Ja! Willst du davor essen gehen? Willst du nach dem Konzert Sex? Erst nach dem Konzert? Dann bist du kein AC-DC-Fan. Doch, das bin ich! Mom, Dad, könnte ich mal kurz was mit euch besprechen? Wenn das Wort schwanger nicht vorkommt. Mach dich nicht lächerlich, das hätte ich längst in ihrem Tagebuch gelesen. Kann ich vielleicht irgendwann mal ernsthaft mit euch reden? Entschuldige. Was hast du auf dem Herzen? Also, es dreht sich um Samstagabend. Es dreht sich um Samstagabend. Bill, red weiter, Schatz. Es geht um Samstagabend. Tut mir leid, dein Vater hat ne Grimasse geschnitten. Aber du hast gedacht... Ich warte! Ich bin so ein... Ja, Lauren, entschuldige. Es geht also um Samstagabend. Und weiter? Tiffany's ältere Schwester ist Schierlieder und will eine große Party steigen lassen. Ich bin auch eingeladen. Es werden ein paar Jungs da sein und es gibt wahrscheinlich Bier, aber ich verspreche, dass ich weder trinke noch was Schlimmes tue. Bitte erlaubt mir hinzugehen. Sind Ihre Eltern dabei? Nein, aber ich werde mich verantwortungsbewusst benehmen. Ich würde gern öfter auf Partys gehen und deswegen habe ich euch beiden das auch erzählt. Ich will euch zeigen, dass ich ehrlich bin und ihr mir deshalb vertrauen könnt. Dass du damit zu uns gekommen bist, rechnen wir dir hoch an. Das war sehr erwachsen. Du bist offensichtlich im letzten Jahr richtig groß geworden und... Bill, verarscht sie nicht so. Lauren geht da nicht hin. Ich weiß. Hast du ihr Gesicht hier gesehen? In der Sekunde war sie ganz aufgeregt. You can read me, baby, like an open book Stop me dead my tracks with only just one look Now when the lights go down And when it comes to you and me, girl Ooh, you turn me inside out I'm still in love with you today Cause you make me happy Lauren, du musst unsere Entscheidung schon verstehen. Wir können dich unmöglich zu einer Party gehen lassen, auf der es Jungs und Bier gibt. Immer wird hier mit Zweierlei Maß gemessen. Ich könnte wetten, Brian wurde auch eingeladen und der darf bestimmt hin. Wo eingeladen? Nein, er darf auch nicht hin, mein Schatz. Wohin darf ich nicht? Natürlich darf er, weil es eine Schierlieder-Party ist. Weil er Schierlieder ist und alle seine Freunde da sein werden. Was ist los? Meine Freunde machen eine Party? Brian müsste uns erst fragen, ob er gehen darf und wir würden es genauso wenig erlauben wie dir. Ja, von wegen. Ist Lauren etwa eingeladen? Also gut, Lauren, ich werde es dir beweisen. Brian, du gehst nicht zu dieser Party. Welche Party denn? Ich verschwinde auf meinem Zimmer. Lauren, du gehst auf keinen Fall zu irgendeiner Jungs-Mädchen-Schierlieder-Bier-Party. Das ist mein letztes Wort. Das ist so gemein, immer auf die Kleinen. Das ist wirklich erwachsen. Sehr erwachsen. Welche Party? Vor fünf Minuten war noch alles Paletti und auf einmal knallt sie mit den Türen. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie man mit Töchtern und ihren Mädchen-Problemen umgeht. Wieso hat eigentlich mich keiner zu der Party eingeladen? Ich bin Cheerleader. Oder mit Söhnen und ihren Mädchen-Problemen. Ich meine, ich habe doch unsere ganze Halbzeit-Show choreografiert. Wessen Idee war das mit dem Oban-Touch? Meine. Und wer war völlig begeistert? Alle waren es. Hm, glaube ich dir sehr gern. Ich kapiere das einfach nicht. Warum werde ich nie zu diesen Partys eingeladen? Ich bin gleich wieder bei dir. Junge, es gibt eine Million Dinge, zu denen du mich um Rat fragen kannst, aber das meiste, was ich dir erzähle, wird blanker Unsinn sein. Mit Partys jedoch kennt sich dein alter Herr bestens aus. Weil du wahrscheinlich immer eingeladen wurdest. Nicht von Anfang an. Ich wollte mich in der neunten Klasse mit den Football-Spielern anfreunden, weil... Mann, diese Jungs konnten ständig etwas aufre... Sie konnten ständig was Aufregendes erzählen in der Schule. Naja, jedenfalls machten die eine Party. Ich ging hin, tat so, als wäre ich eingeladen und... Dort geschah etwas Aufregendes, was ich deiner Mutter nie erzählen könnte. Haben die das nicht gecheckt, dass du nicht eingeladen warst? Das hat keiner geschnallt. Ich war immer nur in der Küche. Ich brauchte eine Pyramide aus 37 leeren Bierdosen. Und als die Jungs reinkamen, dachten sie wohl alle, ich hätte dieses ganze Bier getrunken. Und bam, meine Legende war geboren. Tja, dann machte ich meinem Ruf alle Ehre und deswegen brauchst du Stipendien und Darlehen fürs College. Du warst also früher genauso ein Loser, wie ich es jetzt bin? Brian Miller, ich will dich nie wieder so reden hören. Hast du verstanden? Puh, ich war kein Loser. Und ich bin auch keiner? Nein, nein. Vielen Dank, Dad. War mir ein Vergnügen. Daddy, kann ich dir eine Frage stellen? Na ja, Daddy hat großen Hunger. Wenn es schnell geht, was willst du wissen? Ja, Scott. Hi. Ich bin hier, um etwas Zeit mit meinen Lieblingsnichten und mit meinem Lieblingsneffen zu verbringen. Gelogen. Du sollst dir nur Wache schieben, während Mom und Dad auf dem Konzert sind, damit ich mich nicht wegschleiche. Das siehst du leider ganz falsch, Lauren. Ich bin gekommen, weil ich euch lieb habe. Hallo, Tante Linda. Siehst du, Brian darf auch nicht gehen und er ist nicht so grantig wie du. Wahrscheinlich, weil er nicht eingeladen war. Hör auf, deinen Bruder zu ärgern. Ich bin sicher, er war eingeladen. War ich nicht. Na ja, wenn Brian diese Leute kennen würde, dann hätten sie ihn bestimmt eingeladen. Das sind alles meine Freunde. Vielleicht haben sie nur vergessen. Tante Linda, bitte. Hör zu. Ich weiß, wie das ist, nicht auf eine Party gehen zu können, weil man zu jung ist oder nicht eingeladen wurde. Oder weil man grässlichen Ausschlag hat und der Hautarzt zu teuer ist. Vielen Dank auch, liebe Mutter. Aber dann amüsiert man sich allein, zum Beispiel mit Party aus der Tasche. Was soll das denn bitte sein? Hier sind knapper Zeug und ein paar coole Kartenspiele. Oder wollt ihr vielleicht etwas mehr über eure Tante Linda erfahren und Wahrheit oder Pflicht spielen? Auf mich wartet noch ein Schulprojekt für Montag. Stimmt, ja, auf mich auch. Hey, aber ich habe auch ein Video mit Dirty Dancing mit Patrick Spaisy. Sehr schnuckelig. Linda, wir gehen jetzt zum Konzert und bitte denk dran, niemand verlässt das Haus. Lauren? Ja, bis ich einen Junge mit Auto kennenlerne, dann bin ich weg. Schatz, bitte sei vorsichtig mit solchen leeren Versprechungen. Tina, wir gehen. Also Engelchen, du kennst die Regeln. Keine Glimmstänge, kein Feuerwerk und nicht den Wagen ausleiten. Wo geht ihr denn hin? Mami und Daddy werden vom Jungbrunnen trinken und der heißt AC, Highway to Hell, DC. Tina, viel Spaß mit deiner Tante. Grandma, warte nicht auf uns, wir werden die ganze Nacht rocken. Hast du die Ohrstöpsel und Augentropfen? Jeweils eine Familienpackung, gesichert und geladen, Baby. Die Braut da vorn will nochmal 18 sein. Das Neckholder-Bustier hat ja sowas von gar nichts mehr zu halten. Und siehst du den Typ da mit dem Regenbogen-Tattoo? In dem Alter hängt der Regenbogen schon ganz schön durch. Na, wenigstens sehen wir noch voll cool aus. Hoffentlich machen die bald die Türen auf. Ich möchte endlich rocken. Sieh dir das Mädchen da an, die ist doch noch keine 14. Was macht die hier? Komm schon, Judy, als wärst du nicht heimlich zu deinem ersten ACDC-Konzert gegangen, als du 14 warst. Ja, das war toll. Niemand verlässt das Haus, Judy. Meine Eltern haben mir vertraut, diese Idioten. Ja, die hatten echt null Ahnung. Bill, du glaubst doch nicht, dass... Judy, bitte fang gar nicht erst damit an. Wir haben Karten für ganz vorn. Gib mir das Handy. Ich will mich nur vergewissern, ob sie auch keinen Unsinn macht. Ach, das ist doch Quatsch. Linda ist bei ihr. Meine Güte, wir hätten das nicht tun sollen. Hallo? Hi, Linda. Ist Lauren in der Nähe? Wie bitte? Sie ist schon im Bett. Es ist 19.30 Uhr. Ich hab vor einer halben Stunde nach ihr gesehen. Sie schläft tief und fest. Keine Sorge. Ja, ich bin ganz sicher. Okay, Tina, gib mir das Buch nach. Und nun geh bitte hoch in ihr Zimmer und wirf das Ding, so doll es nur irgendwie geht, auf die Beule unter der Bettdecke. Ich warte. Hey, du, weißt deine Mutter, wo du gerade steckst? Ja, ja, zeig einem älteren Menschen den Stinkefinger. Ist wahnsinnig originell. Judy, sie ist weg. Oh, Lauren. Bill, sie ist verschwunden. Ich will hoffen, dass sie die nächsten drei Stunden genießt, denn sobald das Konzert vorbei ist, holen wir sie von der Party ab und dann kann sie was erleben. Bill, sie ist unsere Tochter. Ja, du hast recht. Karte zu vergeben, mach sie fertig. Bill. Zwei Karten zu vergeben. Schatz, bleibt ganz cool. Wenn Lauren rauskriegt, dass wir nach ihr suchen, verschwindet sie durch die Hintertür. Gut, du siehst oben nach und ich hier unten. Sind da welche oben? Ja, im Schlafzimmer. Judy, Judy im Schlafzimmer. Ich gehe schon. Sind Sie Tiffanys Vater? Ja, ich stelle für Minderjährige gerne ein Liebesnest zur Verfügung, wo sie saufen und rummachen können. Cool, Mann. Und um Mitternacht verleihe ich einen Preis an Chicagos dümmsten Highschool-Schüler. Du hast echte Chancen, Kleiner. Echt cool, Mann. Das ist ja echt eine starke Hütte, die die hier haben, Leute. Entschuldigung mal, ich müsste kurz... Meine Eltern hätten sowas garantiert nicht... Hey, dein Handy ist runtergefallen. Hey, du, dein Handy ist eben runtergefallen. Den haben wir denn da? Ich wusste, dass du hier bist, kleines Vorlein. Kann es sein, dass du eben dein Handy verloren hast? Oh, Mann, eine Bierdosen-Pyramide. Ja! Yeah! Wow! Nein? Oh, Mann. Dad, was suchst du denn hier? Das fragst du mich, du Scherzkeks? Ich habe gehört, das wäre die abgefahrenste Semester-Orgie. Du hast mir gesagt, ich soll nicht warten, bis ich eingeladen werde. Aber ich hatte doch nicht diese Party gemeint. Hauch mich bitte mal an. Du hast Kaffee getrunken? Weil ich dachte, ich würde heute sicher länger aufbleiben. Wie viele Tassen waren das? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, keine Ahnung. Und wie sieht's aus mit Bier? Ich schwebe auch so schon genug. Dann schwebe mal schnell nach Hause, bevor dich deine Mom hier unten sieht. Mom ist hier? Sie sucht oben nach Lauren. Lauren ist nicht hier. Ja, genau wie du, also los, Abflug. Und wehe, du sagst deiner Mutter, dass ich dich drauf... Guck mal, wer sich in der Küche versteckt hat. Brian! Nun, sieh dir nur seine Augen an. Wie viele Tassen Kaffee hat er wohl in Tos? Was? Dann hast du dich also uneingeladen auf eine Party geschlichen? Um ehrlich zu sein, Hard... Nein, ich will seine kaffeegeschwängerte Version der Wahrheit überhaupt nicht hören. Wir sollten diesen Herrn lieber nach Hause bringen und Lauren finden. Nein, blamiert mich nicht, bitte. Na schön. Deine Mom und ich rufen stattdessen die Polizei. Du gehst durch die Vordertür raus und nach Hause. Schon besser. Cool, danke. Cool? Du hast uns von Hardrockern zu Eltern, die die Polizei rufen, gemacht. Das ist absolut uncool, junger Mann. Tina, ich kann nicht verstehen, dass Lauren mir das angetan hat. Ich bin doch ihre Tante. Und mit mir kann man Spaß haben. Mir kann man all seine Geheimnisse anvertrauen. Kann ich nicht endlich schlafen gehen? Hi, Tante Linda. Oh, Brian, du warst auch weg? Wo kommst du her? Ich war auf der Party. Dann solltest du auf dem schnellsten Wege hochgehen, bevor deine Eltern nach Hause kommen und hey! Gerade wollte er sich rausschleichen. Wir haben ihn auf der Party getroffen und nach Hause geschickt. Tja, gerade wollte er sich reinschleichen. Hast du was von Lauren gehört? Nein, aber Tina ist noch hier. Tina, wieso bist du nicht im Bett? Du müsstest doch längst schlafen, mein Kind. Ging nicht. Tante Linda hat immer weiter geredet. Ja, ja. Ich bring dich nach oben. Deshalb werde ich nie Kinder haben. Denn die sagt, du bist zu alt. Sie ist nicht bei Bethany. Ich versuch's bei Ashley. Brian, du sitzt echt in der Patsche. Du hast Hausarrest. Geh auf dein Zimmer, na los. Aber ich hab nur gemacht, was der hier... Oh, mein Sohn, ich will deine Ausflüchte jetzt wirklich nicht hören. Was wolltest du sagen, Brian? Dad hat gesagt... Oh, kein einziges Wort mehr. Bill, lass ihn bitte aus... Oh! Hör schon auf damit. Brian, hat dein Vater dir gesagt, du sollst zu dieser Party gehen? Nein, hat er nicht. Brian... Er hat gesagt, dann wär ich cool. Oh, okay, okay. Weißt du, was überhaupt nicht cool ist, seinen Dad zu verpfeifen? Gut gemacht, Bill. Und was hast du, Lauren, für tolle Geschichten erzählt? Dass sie auf einen Güterzug springen soll, wenn sie Amerika sehen will? Ashley ist niemand zu Hause. Ich suche Laurens Adressbuch. Und ich ihre Schülerliste. Dad? Ja, Verräter. Danke, dass du mich nicht blamiert hast. Brian, ich sag's dir nochmal ganz deutlich. Du darfst dich hier nicht rausschleichen, um auf irgendwelche Partys zu gehen. Aber du darfst dir auch von niemandem einreden lassen, dass du irgendwo nicht dazugehörst. Verstehst du? Ja, danke, Dad. Gut. Und wie lief es vorhin so mit den Mädels? Ich war zu sehr mit meiner Pyramide beschäftigt. Hör zu, wenn du irgendwann mal unter das Sweatshirt eines Mädchens kommen willst, dann musst du dich wirklich ein bisschen... Nein, nein, ich hab schon genug Ärger am Hals. Vielen Dank, Mrs. Hernandez. Verzeihen Sie die Störung. Auf Wiederhören. Bill, es wird langsam spät. Was machen wir jetzt? Ruf weiter an. Wir finden sie schon. Wem findet ihr? Oh Gott, sei Dank. Lauren, wo bist du denn gewesen? Ich war unten. Ihr seid schon wieder da. Wie war das Konzert? Was? Du bist unten gewesen? Ja, im Keller, Dad. Ich hab mir eure alten Platten angehört. Du hast dir unsere alten Platten angehört. Judy, wenn unsere Tochter sagt, dass sie unten gewesen ist, dann sollten wir ihr vertrauen. Sie ist ganz warm. Sie war nicht draußen. Und warum hast du dann deine Sachen so unter der Bettdecke zusammengeknüllt, dass Linda denkt, du schläfst? Sie sollte nicht wissen, dass ich noch wach bin. Sie hat ihre Partytasche dabei. Ich verstehe, was du meinst. Also, du bist die ganze Zeit hier geblieben? Ja. Ihr habt gesagt, dass ich nicht weggehen darf und ich hab euch mein Wort gegeben. Gut. Dein Bruder hat mir nämlich auf der Party getroffen. Ach so. Ihr seid also, um mich zu suchen, da hingefahren und habt ihn gefunden. Ihr dachtet, ich hätte euer Vertrauen missbraucht, aber es war Brian. Lauren, das war ein Fehler von uns. Es tut mir leid, dass wir dich falsch eingeschätzt haben. Vielleicht denkt ihr ja daran, wenn ihr mir das nächste Mal unterstellt, dass ich euch anlüge und abhauen will. Du hast recht. Von jetzt an hast du unser volles Vertrauen. Dankeschön. Wo willst du hin? Ich hör mir noch Platten an. Pink Floyd rockt! Ist das nicht klasse? Unsere Tochter findet, dass Pink Floyd rockt. Die haben das echt gefressen. Meine Eltern sind so naiv. Hallöchen! Ich bin Mr. Naiv und das ist meine Frau, Mrs. ähm... Naiv, Schatz. Genau. Tja, äh, die hier sind von der Party bei Tiffany abgehauen und wollten sich in unserem Keller verstecken. Aber ich sagte, nein, ich will hier alleine Musik hören. Verstanden? Du wärst fast damit durchgekommen. Bist zu dem Teil mit Pink Floyd rockt. Dumm gelaufen. Pink Floyd rockt doch nicht. Pink Floyd ist... Melodiös. Na los, Freunde, rein mit euch. Wir werden eure Eltern informieren. Jetzt sind wir schon die Eltern, die andere Eltern anrufen. Wo ich heute so heiß aussehe. Hey, sind Sie nicht Tiffany's Dad? Okay, ganz offiziell. Du bist der dümmste Junge in Chicago. Tja, das war wohl nichts, Donny. Eins muss man euch lassen, Kinder. Das war ein aufregender Abend. Da werden wir wohl durch müssen. Ihr seid in dem Alter, wo man versucht, so etwas abzuziehen. Aber ihr vergesst, dass eure Mutter und ich alle Tricks kennen. Wie war das, Lauren? Ich wette, du hast das Fenster geölt, damit es nicht quietscht. Dann bist du das Fallrohr heruntergeklettert. Wie ein Einbrecher bist du durch den Garten geschlichen. Schleich, schleich, schleich. Oh, warte. Da hat eben ein Zweig geknackt. Jetzt bloß nicht hast dich bewegen. Äh, nein. Ich bin die Vordertreppe hoch und die Hintertreppe runtergegangen, um alle reinzulassen. Aber das mit dem Fallrohr ist echt... Na, auf damit, Influenz-Uhr zu setzen. Er wollte euch nur sagen, was ihr euch auch ausdenkt. Egal, was ihr versucht. Ich garantiere euch, dass wir es auch schon getan haben. Und zwar viel besser. Ihr spielt hier gegen ein absolutes Siegerteam, Freunde. Ihr könnt es ruhig versuchen, aber wir kriegen euch. Ihr habt mich nur zufällig erwischt. Wenn ich dich irgendwann nochmal auf einer Party treffe, steige ich aufs Sofa und rufe, Hey, seht mal her, ich bin Brian Millers Vater. Und mein Hosenstall wird weit offen stehen. Sonst noch was? Ich finde es ziemlich ungerecht, dass wir Ärger wegen Sachen kriegen, die ihr auch schon gemacht habt. Ja, weil wir diese Dinge sehr bedauern, Brian. Wir haben eine Menge Unsinn angestellt und hatten großes Glück, dass wir nie verhaftet wurden, verurteilt wurden. Oder schlimmer, stimmt's, Bill? Ich weiß noch, wie ich mal die Feuerleiter eines Hotels hochgeklettert bin mit zwei Sixpacks in der Hand. Und dann bin ich abgestürzt und wartet. Also merkt euch, wir beobachten nicht nur, wir sind euch immer einen Schritt voraus. Und nun geht nach oben und denkt über unsere Worte nach. Wie war denn die Party? Gut, und deine? Cool. Könnt ihr nicht wenigstens so tun, als hättet ihr gerade einen Anschiss gekriegt? Entschuldigung. Ist denn das zu fassen, Bill? Das Ganze ist den beiden völlig egal. Wir sind angeschmiert, die haben keine Angst vor uns. Ich dachte, wir hätten wenigstens bei Brian eine Chance. Weißt du noch, wie wir sie als Babys nicht eine Stunde allein lassen konnten? Dauernd mussten wir nach den beiden sehen. Dauernd kotsten sie sich voll. Das kommt jetzt wohl wieder. Ich hab einen Plan. Wir halten noch einige Jahre durch. Dann hat die Gesellschaft das Problem. Lauren ist 13. Ich hatte meine erste Kellerknutschparty, da bin ich schon stolze 15 gewesen. Brian ist sehr viel gewitzter, als ich es in seinem Alter war. Setzt er dieses Gehirn für das Böse ein, haben wir ein Problem. Hast du früher zum Denken dein Gehirn benutzt? Entschuldige, ich hab mir dich gerade nackt vorgestellt. Ist blöd, wie das heute gelaufen ist. Naja, wir haben ja noch ein kleines bisschen Zeit. Wie wär's, wenn wir uns einen kleinen Schmusesong reinziehen? Und sehen, was sich daraus noch entwickelt? Dad, Lauren hämmerdauernd gegen meine Tür. Ja, weil er nicht aus dem Internet geht und ich will ganz dringend telefonieren. Brian und Lauren streiten sich die ganze Zeit nicht. Telefonieren kannst du auch noch morgen. Das ist ein ganz wichtiges Gehirn. Schatz, erledigst du das oder soll ich hochgehen? Nicht nötig. Schatz, erledigst du das, was da. Nichts hilft bei Streit so gut wie eine Party aus der Tasche.